ja also von dieser kaffeemühle bin ich absolut begeistert nicht nur dass sie aussieht als wäre es metall klingt eigentlich auch so an sich mit dem bronze verschluss hier schon super aus es hat ein ersatzmesser das ist auch nicht ganz so dünn und billig wie man das umtauscht steht im übrigen ja bei der anleitung im internet und wie man sieht man kann eben auch oben reingucken schön leise und der verschluss der wird einfach abgedreht und in dem moment kann man natürlich dann auch nicht versehentlich noch malen so selbst wenn ich reingreife keine chance der behälter ist groß er ist mit edelstahl ausgekleidet alles ist bombenfest verarbeitet und von unten kann man es auch aufrollen und wegstellen es ist ganz schön schwer das gerät also das taucht absolut was